Folge haben wir den an als diesen Engländer befreit jetzt geht es weiter zu 11 da wollen wir oder jetzt ist es ein anderer aus dem Lager befreien 18 September 1944 wir sind jetzt bereit das Tor zu haben wir haben genau zehn Minuten ersten Schuss um die Sache durchzuziehen wenn wir länger brauchen schickt man jemanden der uns rettet sie erledigen die vorderen Wachen vor allem die MG-Stellung wenn das Tor offen ist bewegen sie ihren Hintern hinein und holen sie den Major wir treffen uns beim Lastwagen okay ich stelle die MG aus jetzt kommt also Wollt ihr mich jetzt komplett verarscht? Ja, ja, ja. Laber mich nicht voll. Hm. Ja, ja, ja. Ich erinnere, was steckt schon in dem Haus? Ich erinnere, was ist das? Jetzt kommt. Nein, 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 ganz ruhig. Nicht haben wir hinter mir vorbeifahren. Was ist das hier für ein Lager? Also sind das viele Deutsche in dem einen Lager. Haben wir nur eine begrenzte Zeit. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Hallo? Major, ist das hier drin? Nein. Scheiße, auf den einen da hinten. Oh, da kommt noch mehr. Major. Das war Zarschund. Ich hab keine Ahnung. Man kann das nicht aufsammeln. So jetzt. Verarscht doch. Ein Pool. Die haben ja sogar einen Pool. Kommt, kommt, kommt. Wo denn? Wo geht's denn vorweg nochmal lang? Da. Hilft nochmal irgendeiner von meinen Männern. Was ist denn hier? Was ist denn die Cafeteria? Ah. Schön, das du bist. Achtung, wir werden angeschüttet. Alle Mann auf ihre Posten. Ich wiederholt. Oh, Mann. Mann, das nenne ich Glück. Sie sind hier, um mich rauszuholen. Ja, ja, sieht so aus, oder? Wir haben doch jetzt den Typen. Warum läuft die Zeit denn immer noch? Oh. Oh. Alle Mann auf ihre Posten. Aha. Was ist, Uli, ganz ehrlich, was das hier für ein Lager sein könnte? Alle Mann auf ihre Posten. Ich wiederhole, wir werden... Ich wiederhole, wir werden... Oh, den Pool gehen? Cool. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Ich wiederhole, wir werden... QuickScope. Max-August-Kopf. Aha, im Scheißen. Ah. Peng von die Fresse. Nein. Wie hat er denn das gemacht? Scheiße. Das ist jetzt kommt am Ende nochmal so eine riesengroße Welle. Woa, 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 woa! Trin da irgendwo leben? Oder... Medi-Kill... Ja cool. Ne, das können wir aber noch. Daneben. Autschein. Jawoll. Komm schon, komm schon, komm schon! Pam! Boah, ich finde ihn noch. Muss das Lager nicht irgendwann leer sein? Es sind mehr Deutsche als Gefangene bestimmt hier. Weiß nicht wer hier gefangen ist. Ach hier, der wurde da wohnt. Hallo. Tolle Leistung, Captain. Das haben Sie und Ihre Jungs gut gemacht. Wirklich gut. Dankeschön. Dann... Bis zum nächsten Level. Tschüss!